So sieht es von oben aus. Könnt ihr die Mücken sehen? Da sind schon ziemlich wenige. Ich meine vor einem Monat waren es wahrscheinlich tausendmal mehr davon. So ein Abhang. Na ja. Hübsch ist das hier. Und hoch auch. Wow. Na, geht gar nicht. So. Und da können wir sehen, so gut wie gar nichts. Hunderte von Kilometern nur Wald. Na ja, was soll's. Und noch einmal. Ah ja, da können wir noch eine alte Kirche sehen. Da weiter. Na ja, mit dem Telefon geht das nicht. So. Ich hoffe, Handy geht nicht kaputt. Ich meine die Kamera vom Handy. So. Na ja, reicht schon. So.